die eine Einheit das klingt gut das klingt ja gut ich hoffe es ist ein Landeinheit kann ich nämlich am besten nutzen Deutsch Bismarck bis A Euro Kien ist jetzt nicht so aber es ist das ist ja das Minister den schicken wir ich habe ich mal so beschlossen im Landzieher das ist doch das ist doch eine Reiteinheit oder? ja das leid okay es ist jetzt nicht so toll machen wir eine Frikatte und hier eine Straße und du machst ein großes Kunstwerk das hast du auch lange die Festsitzung des Statsrates am 7. Mai 1901 die Namen von links nach rechts schreien mit die mit 22 kultur kulturübersicht die kunst doch waren was die kultur für uns zu erwarten an hier steigen und hier auch steigend einflussreich in 76 zügen in 66 zügen den rast kennen wir gar nicht die zivilisation deutschland ist 23 prozent einflussreich bei der zivilisation schweden bekannt bei 30 prozent und hier sind wir bekannt gesammelte vorteil jeder handelsweg zu beeinflussen zügen plus 1 wissenschaft spielericht bewachter eine runde ein warum eine stadt bei flüssen und was und einer Stadt der Beallflustzivation 25 Prozent okay das ist cool wir hier dasselbe, hier haben wir dasselbe ach so weil wir hier Handy Zwiege haben ist das hier aha aha gut zu wissen mein werter Freund den tun wir mal dahin nicht dahin stecken dem Tupo dahin stecken Brigitte Produktion Caravano Produktion Garten Produktion Flüchtling Flüchtlinge nichts ach da ist der genau weil die sagen Reitscheid nicht so umgehen nicht so umgehen nicht so umgehen nicht so umgehen Seid ihr ehrlich, aber das ist eure einzige gute Eigenschaft. Ihr habt euch geweigert, eure Truppen von ihren Grenzen abzuziehen, als ihr euch darum gebeten habt. Okay, das ist ein schlechter Anfang. Ein mehr als schlechter Anfang. Oh wow. Das ist Schaden. So beginnt mal kein Krieg. Ich bin schlecht vorbereitet. Nein. Das ist mehr als schlechte Vorbereitung. Ist das ein Hügel? Nein. Okay. Ist das ein Hügel? Nein. Dann können wir ja von beiden Seiten da angreifen. Die Fregatte kann uns theoretisch zurückschicken. Tut uns leid. Ne, wir haben keine. Das ist doch... Die ganze Welt hasst uns. Ich kann das gar nicht verstehen. Wir waren doch immer so nett zu ihnen. So, jetzt bin ich im Krieg. Gegen jemanden in der Mitte. Also von der Punktezahl. London können wir... Können ich gut gebrauchen als Annektion. Aber... Ja, aber... Es ist halt nicht viel Platz. Bukeras bricht die Quest ab. Oh, das tut mir leid, Bukeras, aber... Ach, stimmt. Ja, wir haben ja auch da den Krieg erklärt. Die Stadtstaaten. Wir können eigentlich auch mal so eine... So eine Stadt... Du, 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 was ist da passiert? Oh, cool. Wenn wir etwas erbauen, sollte es stets für die Ewigkeit sein. John Ruski. Ich weiß, das ist falsch ausgesprochen. Erkundeln. Ich will die Welt sehen. Da war gerade irgendein Flackern kurz. Ich hoffe, das hat mich gesehen im Video. Dann zählt man mich ja für unseriös. So. Äh, Kanon-Ole, das soll zu lange. Wie lange? Berlin. Komm, Kanone. Wir brauchen Kanonen. Kanonen für Deutschland. Kanonen für die Welt. Äh, Kornspeicher. Produktion. Münzer Stadt. Politik einführen. Können wir nicht jetzt sogar schon... Ideologische Grundsätze. Eine Ideologie gewählt hat zu... Äh, äh... Dann kann ich eine Ideologie... 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 Äh, ich wurde angeschrieben. Mehr Kantidismus. Äh, 25... Das war der Stift schon wieder. Und das war das Mikro. Ohne große Hände, wenn... Für uns, ich bin verdient. Ihr habt sogar das Handsmöhe. Goethe, pro Münzer Stadtmarktbankbankbankbörse. Wir haben jetzt 208... 258. Jetzt haben wir... 258. hat mir nichts gebracht das bringt nichts das können wir schon das können wir auch schon okay das ist gut das ist auch okay dann kann wir theoretisch hier kopfhund zum freiwolltag so den schicken wir rein das kriegsgebiet da können wir angreifen was kann ich hier mitmachen und da schwächen und dort na da reicht nicht die das könnte ich auch nicht den norman aus können so knapp da wo wir in bonnhof und jetzt hoffen wir mal mit da können wir steigern nächste runde und wer die ganze zeit und das hat man ein video das ist blöd und da ist einer unserer kanonischen der tod und da werden wir angeschossen und die haben wir platt gemacht noch leben wir noch leben wir das darf man nicht vergessen kommt schon will ich befördern wurde stirbst in denen vielleicht haben wir glück vielleicht überlebt er aber es ist unwahrscheinlich Britten Einheimen die anderen modernen Infanterien Kavallerie klingt gut Stärke 34 es wäre eine positive irgendwas irgendwas positives ist ihr wisst schon mit hier über sie im freibeutel können wir schicken und damit könnten wir die einheitlich hier angreifen oder halt die london die london egal mit der militärwissenschaft können wir unsere können wir den auch noch mal rpp4 und das wäre auf jeden Fall eine gute sache wenn wir die krieg gewinnen wollen denn beste chancen hier die können wir von den können von stärke 25 den können wir nicht abreden warum auch da können wir kaputt machen machen wir mal kaputt nun da sagen wir gut die überschätzung zu kabeliert die kam jetzt bitte kam er immer ich fühle mich verarscht für mich so verarscht den stehen wir mal ich Köln was nie austraten das stimmt die meisten Funktion in Köln Kronen Produktion und auch in die Anzeige und ich würde schon wieder angeschrieben ich wollte ins Geld doch auf auch ausleihen gehen aber ging nicht und vergessen bis bisher ist alles so und ich bin nicht umschalten weil vielleicht kann die Aufnahme abbrechen sowas sollte schlimmer werden sag ich einfach tschüss und wenn die Aufnahme vorerst und ich bin nicht mit einem Kampf aus ausmachen das geht doch nicht so das war viel Gerede guter Sinn Opernaus Produktion ist ich steppe noch mal Produktion ist Burg Produktion Richtung Forschung Norden nun mal zurück zuzulösen Forschung es ist nicht die Gärtning Kanone Infanträentieren die ist doch sehr stark oder es geht bis an stimmt das war das war diese diese Fernkampfeinheit die Berühmte kommen kommt 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 und nein nur nur die Welt dahin es kann mit der Anruf wir können dann nicht und auch nicht in den macht uns der Schaden als der Stadt was soll es passiert hier ein kleinkriegstreiber malus darum ist doch sicherlich eine stadt aber okay greifen wir an ist gut jetzt jetzt haben wir da auch schon als eine blockade um die stadt errichtet das ist gut mit schönen hier hin so haben hier jetzt nichts so runter hoffentlich geht das gut aus das wird nicht gut aussehen das war unser Pferd 2 von 2 und wie doch noch von York angegriffen worden ich hätte nicht von beiden sein ich hatte ich war viel zu unvorbereitet und jetzt hat er auch noch ein Triebock gemacht ich glaube die spinnen die Engländer ich glaube die spinnen aber gut aber gut es ist noch nicht verloren wir können den Kampf noch gewinnen wir haben ja schon landern ein bisschen und so ich finde es auch sehr schön wie ein wie alle mich hassen ich hätte zum Kriegstreiber bin und ein schlechter Menschen alles aber ja es keiner macht eine Revolution keiner will mich ausschalten ich 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 Vielen Dank.